Was geht ab meine lieben Freunde, wir kommen hier zu einem sehr sehr späten Upload und bevor das Video jetzt irgendwie startet, möchte ich kurz sagen, ich bin ziemlich krank, deswegen höre ich mich ziemlich scheiße an, aber heute kommt das neue BG-Video bzw. es ist gerade rausgekommen, Game Changer heißt das Ganze und das wollte ich mir natürlich nicht hingehen lassen. Bevor wir dazu kommen, eine Ansage in eigener Sache, jeden Tag auf Twitter könnt ihr mir jetzt eine Frage stellen mit dem Hashtag FragDenFlo und AdFloDF, diese werde ich dann in Videoform exklusiv nur auf Twitter beantworten, also folgt mir da gerne, wie gesagt AdFloDF. Kommen wir jetzt aber erstmal zum Hashtag Shoutout, denn wie immer habt ihr die Möglichkeit Hashtag Shoutout in den Kommentaren zu schreiben und ihr habt das Glück, werdet ihr im nächsten Video erwähnt. So wie heute ist Stevens Welt, freut mich, dass du mit deinem Start bist, wir gucken direkt mal rein Leute, das Video kam sogar früher raus, als erwartet, es ist 22.50 Uhr und eigentlich könnte es 23 Uhr rauskommen, deswegen war ich ein bisschen unverbreitet, aber wir gucken jetzt rein Leute. Ich bin gehypt, mehr kann ich nicht sagen. Allein ist das Entro schon wieder Leute. Ich weiß gar nicht, was ich erwarten, sogar. Okay, okay. Beat gefällt mir. Okay Leute, ganz kurz. Und mir gefällt das Style extrem gut, das ist mal was ganz anderes, was man irgendwie lange nicht mehr gehört hat von Kolle, finde ich. Ballert richtig heftig, Ademalfall direkt. Freunde, 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 ich kann gar nicht sagen, was da gerade abgeht. Oh mein Gott, ist das crazy. So einen heftigen Double Time hat man lange nicht mehr gehört von Kolle, zumindest ich nicht. Kann sein, dass es irgendwo in der Box auf dem Hoodtape drauf war oder so, die habe ich leider nicht. Aber, alter, Ballert extrem gut. Ich möchte mich direkt entschuldigen, falls ich jetzt irgendwas nicht verstehe. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, weil wie man sieht, bin ich ziemlich krank und deswegen check ich vielleicht ein, zwei Lines gerade nicht, weil ich ein bisschen neben der Spur bin, könnte man sagen. Wir gucken mal weiter. Ich kommuniziere mit Typen, im Regelfall immer nur Cockrock-Stile. Ich kommuniziere mit Bitches, im Regelfall immer nur Blowjobs kriege. Bitcher so provozieren nicht, sonst wird es blutig wie ein Krokodilweser. Der einzige Ort, wo sich Bitches entfalten sollten, ist die Botox-Klinik. Game Changer. Boss und Bänger. Game Changer. Alles Fake Gangster. Wir haben alle keine Eier, doch der Westen bleibt hart. Wir sind Game Changer, doch BK ist Game Changer. Ich freue mich schon auf den Hardings-Wart. Oh ja, voll Trash. Alles Fake Gangster. Ihr habt alle keine Eier, jetzt wird Rap wieder hart. Wir sind Game Changer. Farid der Boss, jage die Cops. Komm mit deiner Bar, der Multikrimineller-Killer bei dir rein und mache dann aus dein Bodyguard Schrott. Beschaffen, geschauts aus der Kalaschnikoff. Trage die Klau-Fick-Mode-Hypes. Nur die Willi-Boys sind bei mir auch was heiß. Farid Bang neben schwarzen Bands, Ficker-Man wie Robert Geis. Ey, du hast die Schiss im Flur. Ey, und siehst du sitzen nur kurz. Ey, oben breit und sind schmal. Ich bin eine Schlüsselfigur. Ey, fick eure Mütter auf Tour. Diese Rapper sind alle wie Hindi-Fotzen. Macht den Weg frei, J.B.G. 3. Keine Toleranzen wie Shindy-Box. Ja, BG. steht für Krieg oder Fick. Und ich stehe mit dem Knie die... Leute, oh mein Gott. Es sind heftige Lines dabei, Mann. Freunde, was ist das denn hier gerade? Oh mein Gott. Zerstört ja alles, Mann. Bis jetzt, von denen ist es ja nicht so stark, finde ich, wie der erste Song. Allerdings, von den Rap-Skills her, zeigen die hier einfach höchstes Niveau, finde ich. Oh Leute, heftige Lines. Fokus auf, schlag auf 6 Uhr. Ja, Gangster, ihr habt alle keine Eier, doch der Besten bleibt hart. Wir sind Gamechanger. Ja, BG ist Gamechanger, nur noch Dreck in den Schaden. Wir sind Gamechanger, ihr müsst die Rechnung bezahlen. Alles Fake, Gangster, ihr habt alle keine Eier, jetzt wird Rap wieder hart. Wir sind Gamechanger. Der Warm-Up ist vorbei in Zukunft, wird mit Namen beleidigt. Dann wird die Lage bereinigt und dieser Sklave beseitigt. Denn diese Wannabe-Legende kommt zum Boxkampf ohne Hände. Lass die Fotzen ein bisschen zappeln, denn der Knockout kommt am Ende. Liebe fresher Kieb, Leute. Ab normal, krass, Leute. Kommen wir erstmal zu einem kleinen großen Mini-Fazit. Also, Freunde. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt krank bin und gar nicht checke, was los ist. Aber, oh mein Gott, war das heftig. Es hat ja alles zerrissen. Also, wirklich. Ich fand es stärker als den ersten Track auf jeden Fall. Einfach der Gesamteindruck war heftiger. Das Video war nicht ganz so heftig, aber sie können nicht jedes Mal 80.000 für ein Video bezahlen. Deswegen einfach crazy, Leute. Was hier an Double-Type rausgeholt wurde, an Punchlines allgemein. Die Lines waren unnormal gut. Besonders die von Farid haben mir hier gut gefallen. Der Anfangs-Double-Type von Kolle hat alles zerstört. Also, wirklich. Da kann niemand irgendwas mithalten. Ab normal crazy, Leute. Ich werde mir das gleich noch zwei, drei Mal geben, damit ich gucke, ob ich noch irgendwie die Lines allerrestlichen verstehe, die ich eben nicht gecheckt habe. Aber wirklich ab normal krass, Leute. Vor allem die Optik hat mir vom Song allgemein gut gefallen. Also, es war mal was anderes. Es war mal nicht so... Was soll ich sagen? Es ist nichts, was ich erwartet hätte. Also, es war ein ganz anderer Stil, als den, den ich erwartet hätte. Der Beat war schön. Schön schnell. Hat natürlich auch gut gepasst. Und allgemein fand ich den Beat auch nicht so standardmäßig, sondern er hatte ein bisschen was Klassisches an sich. Allerdings war er noch schön umgeändert, sodass es sich einfach gut angehört. Es war stimmig, alles ist verstimmig. Es war einfach nice. Es hat alles zerstört. Und es hat mir einfach geflasht, Leute. Oh mein Gott, war das nice. Ich bin jetzt noch mehr gehypt als sonst. Kauft euch die Box, Leute. Ich habe sie noch mal verlinkt. Ich glaube, es sind zwei Stück nur noch da. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder. Wie gesagt, sorry, dass das Video so spät kam. Aber ich bin ein bisschen krank. Und außerdem wurde das dann zu spät hochgedehren. Und ich wollte das jetzt auch so schnell wie möglich hochladen. Deswegen sehen wir uns morgen, Leute. Und bis dann. Bleibt Flash und ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020